Ja komm, komm Ich bin safe und bin jetzt oben Einen HP hat er oben Geradeaus zappen Kann ich nicht wechseln Geradeaus mittig Ah, ich hab beim Falschen geschossen Das ist ja dumm, Alter Was ist da? Das war eben paradoxam Einer unserer Leute hat das Acht Von mir Bulldog vom VP links in der Ecke Da? Ja, das war aber nicht der Schieder Hier war uns immer Er lebt noch Habt einen Ja, das war er Noch einer bei mir, direkt hinter mir Noch einer, noch einer Hallo Ja Jetzt No, hol ihn, komm Komm, komm Komm, komm Ich sehe nicht mehr Jetzt kommt er Ach, komm Ach, komm Oh, komm Oh, komm Komm, komm Oh, komm Oh, komm Oh, komm Du hast gewartet Oh, komm Du hast gewartet, ne Weil hier noch einer drin war Kann schauen, wir können die Buster alles schaffen Die Hälfte haben wir Ja, über Ich bin Sanitäter Aufmerksamkeit Ich bin Sanitäter Aufmerksamkeit Das ist der Hacker Oder? Ja, ich hab ihn Der hackt mich, alter Oh, ja Tür Boah Oben Oben, mitte Kingcast Habt ihr den Ballen, was? Aua Habt ein A mal da Habt ihr auch gewundert Hast du gesehen, Alter? 30 Schuss Hals ist das Spur Wie viel Headshots soll ich denen noch geben? Nein, bei mir Oh Kommt hin Aha Boah Was hab ich denn in der Hand? Wer ist leck? Roll Steh auf Ja, mach das leck übrigens Aber du hast genug Munition eigentlich Ich hatte mich leer geschossen Oh, was ist das hier? Ja, ja Ich hatte 5 Schuss gerade Hab ich gemerkt Oh Leute, was ist das? Oh ja Ich hab mich überhaupt halt gethitted Warte mal Zeigt sich Boah Hier kommt das Medi-Kit Danke für die Hände Ich hab ihn nicht Hitter uns Auf den Tanks Warte ich auch Oh, komm weg Oh, komm weg Oh, was Prieffeier Hast du? Einen hab ich Pass auf Cremor Zweite Cremor Als deine Cremor Du Noob, Alter Klar, easy Bei mir unten kommt Ich komm Andere Seite auch Unten zieh ich keinen Doch, wer fehlt zurück Ja, im Tunnel bei mir Der läuft zurück Wird einer revived Da ist keiner Das war gerade reingehaut Nebenbottal hier Dschungel rechts Rechte zu Tod Links Wird jetzt Leute, was ist das schon wieder? Mach doch die selbe Scheiße Boah, Alter Ich kann jetzt auch nicht umgehen, Alter Zwischen uns? Warte Achso Boah, läuft da meine Cremor rein, dass ich selber Schaden krieg Oh, ich schnalle Oh, ich schnalle Noch der Schieder Down Kommst du's? Ich weiß nicht, ob das ein Schieder ist Also irgendwie war das nicht so gut Jetzt geht's hier wieder besser, Alter Ich würd besser schieben Ja, vielleicht bitte nicht so obvio ist, weißt du? Ja Kamerad am Boden Der unteren Spohn Besser noch Besser noch Das war eine Cheater Aber rechts haben wir noch einer Da ist auch noch ein Rubei Hahaha